Und weiter. Evil of Fortune? Nö. So... Wir holen uns... Ich? Das... Damit ist der weg. Drei... Drei... Mehr Schaden. Eins, zwei, drei... Eieieieieiei... Jetzt läuft es nicht so schlecht. Aber auch nicht sonderlich gut. Das Einzige, was uns derzeitigen Arsch rettet, ist die Rüstung, die wir haben. ein großes packen schuhe in jedem kopf einmal benutzt die schuhe wird mir haben dazu müssten wir ein was aufgeben da ist bloß angrenzendes was machen wir was machen wir was machen das heilt uns hoch bei jedem kill amethyst gibt uns den schaden den wir brauchen damit das ding auch wieder weibull ist eigentlich bist du wirklich das ding was am blödesten ist weil so schnell killen wir nicht du bist du schön zusatz der mensch quelle der stock sei zu groß ist kacke guck mal was er schon hat angrenzendes haben wir haben keine schilder wie oft kannst du das haben einmal das heißt doppelt ich glaube nicht dass wir kratzen werden aber trotzdem mal mit benutzen kiste ein schild kränke 2 und ich noch einmal 2 3 das war knapp müssen den mal ein bisschen aufrüsten irgendwie der macht gar nichts mehr der macht gar nichts mehr Und wir könnten auch mal ein paar mehr Zauberstäbe gebrauchen. Neues Level. Jetzt das Item wird verwendet. Heilung. Beschworen. 5 Block. Wenn besiegt. 10 Schaden. Alles. Nichts. Die beiden nehmen wir mit. Gute Frage. Wie machen wir das? Also der hier braucht definitiv mehr Schaden. Wir sind bei 6 Schaden pro Runde. Aber es bringt nichts. Fingts nicht. Wir möchten den. Gut. Der ist hier hin. Dann werden die stärker pro Runde. Dann werden die stärker pro Runde. Ich muss hier als letztes machen. Und dann machst du den meisten Schaden. noch ein Motorstab. Juhu. Der kommt hier hin. das heißt hier haben wir jetzt eine schöne Energieleitung. Geil wärs wenn du noch irgendwie mit da rein funzeln könntest. gut. Wir müssen alle so haben. So. So. Jetzt trifft der alle. Der trifft alle. Manchmal hasse ich wie strategisch dieses Spiel ist. gut. So kann es erstmal ausgeschaltet werden. gut. Gut. Der ist weg. Dir müssen wir jetzt böse böse aufs Maul hauen. Der raus. Und so. Und so. Jeden Artikel unten plus zwei Block wenn Schaden genommen wird. Das heißt der wäre in dieser Reihe perfekt. Und alles andere wenn ich Schaden nehme ist der deaktiviert. Irrnehmen. Gefahr. Kann man damit forschen. Schwebt plus ein Schaden. Nein. Dann haben wir wieder das Problem. Kein Platz. Land zu einer Waffe. Du. Land zu einer Waffe. Wart mal. Du. Wurst und Neut fähig, gut zu einer Nahkampfwaffe, haben wir keine. Lockt zu einem Schild, brandt zu einer Nahkampfwaffe, hält zu einer Waffe. Damit haben wir jetzt richtig Brand-Damage. Hier brandt pro Runde. Du machst, ne, ich war immer nicht. Hier was interessantes für mich, nö, 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 nö. Damit war's das und wir gehen weiter. Wir haben's um 12, sollen wir uns echt mal beeilen? DAX-Boss. Der kann's richtig ekelhaft gefährlich werden. Wegen denen. Die waren nämlich 36. Wir müssen die hier vorne immer wegkriegen, sonst haben wir echt ein starkes Problem. Jetzt geht's mittlerweile. Hätte ich auch was drum machen sollen. Wenn's 5 oder weniger Schaden genommen werden, wird bloß 1 Schaden genommen. Für jedes 5 auf Niff. Ja, hier ist schon cool, aber wir haben halt grad keinen Platz. So. Was hast du für uns? Franz. Was kommt hier unten rein? Du gehst an den, weil du sowieso permanent beschworen bist? Nee. Plus 1 Gift, minus 1 Schaden heißt das eigentlich. Kann ich nirgendwo hinlegen. Nee. Das heißt, Parcel haben wir auch. Können wir auch abhaken. Maximal LP dazu. Gefrorenes Herz oder Magma Kern? Wir haben keine Regeneration. Bitteschön. Oh, fuck. Gefrorenes Herz wird uns wahrscheinlich jetzt killen. Leider auch nicht unseren lieben Freund, der uns Mana gibt. 1, 2, ich hab vergessen den aufzurüsten. Hopp. Er ist weg. Was machen die dem Schaden? Guckt nämlich nicht so aus. Du hast jetzt 14 Dornen. Nee, 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 nee. Bei Dornen greifen wir dich nicht an. Ach, die kommt durch die Rüstung nicht durch. Guck mal. Guck mal. Also eine tiefe Reaktion zum Rerollen. Leitfisch. Da bräuchten wir echt viel Mana. Also viel Zauberei um, dass das Viable wäre, das Schwert. Fluch. Karmelade. Schutzeln. Nee, brauchen wir nichts. Hast du? Zeige dir deine Zukunft. Der Hoodie ist gut. Aber nichts, was wir wollen. Der Hoodie gibt uns. Oh, du bist das. Au. Nochmal Au. Du verbrennst vorher. Machete? Nein. Bist du? Mit dem hier irgendeiner Brandentzug, ne? Ich bin schon wieder rausgetappt. Jetzt irgendwie. Da haben wir ein Vollbild. Oh, die Lösung ist ziemlich gering. Die Lösung ist so gering. Was ist da? Ich weiß nicht, ob sich jetzt irgendwas geändert hat, aber. ist da. Wir brauchen Heilung. Feist Level. Eins, zwei, drei. Und ich habe ganz dringend Heilung. ist nix du kommst mit bei dem Segen können wir Glück haben dass es eventuell ein Heilungssegen ist Handwerker Gift zu einer Waffe Brand zu einer Waffe immer noch kein Schild Brand zu einer Waffe du bist voll du bist voll du bist voll noch nicht danke hier irgendwas noch ein Helm ein bisschen Heilung der Heilzauberstab der fehlt uns für die ich bin ich bin die die ich bin die Ah, schon wieder vergessen. Oh, wir heilen uns doch recht gut. Heile, noch ein Lebensring. Schlüssel haben wir nicht. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde, knapp, für eine Ebene. Neun Schaden, Teil schwach. Schwach auf den AOE-Teilen ist halt auch genial. Ich bin immer wieder dumm, was alles angeht. Kannst du gerne deinen Blitz da hinten hin machen, das ist uns egal. Damit ist der weg. Der hat zehn Dornen. Der hat fast ihn gekillt. Ah. Das wäre fast dumm gewesen. Brace Knuckles. Angrenzen und Diagonale Rüstungen halten Block. Da hin, dich können wir hier hinsetzen. Hier hat man Sechser-Mahner-Stein. Obwohl wir brauchen eigentlich keinen Sechser-Mahner-Stein. Nehmen die Spaghetti mit. Eine Waffe. Hand zu einer Waffe. Kopf zu einem Schild. Ein neuer Block. Au. als erstes zum heilen weg ist auch ganz viel ausreichend damit war allen außer sich selbst acht schaden zu lande krallen ist so schön wenn man durch fließt plus das heißt hier fließt mana durch doch leitfähig ja hier fließt mana durchzudehnen gibt's damage dann wenn ich den benutze fließt mal durch gibt's damage hier leitet mana zurück gibt damage bin benutzt zwei dass du kommst dorthin das war aber höchstwahrscheinlich wiederbekommen das wird das bestimmt lustig buchkiste berobeer einmal dich dich noch beschwören das darf ich nie vergessen so auf was finden wir dich an eigentlich neun schaden die nehmen wir und dahin schild brauchen wir gerade nicht es ist nicht viel schaden was der macht aber es reicht aus zwei eiswürfchen eins dahin eins dahin nachdem ein gegner schläft ja nein das wird jetzt so hart drei heilung gut ich mag sie nicht selten projekt hier fügt allen gegnern vier schaden zu ok ne die sind derzeit nicht besser der ist schon cool der ist schon cool wie viele bist du bei acht der segen ging es kann weg und dann so wird das mal geheilt wieder nicht der mana heini wenn man nutzt fügt eine energie hinzu wird zerstört wenn nicht mal verwendet werden kann was du bekommst nein Einer weg, das heißt, wir überleben. Was, du? Ich muss gerne da oben hin. So, alles. Wotscheinke, Wotscheinke, weiter. Hey, 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 hey. Ich muss da oben hin. Reiß sich Rüstung. Bin es aber los. Zwei kleine Stücke, dich können wir wegmachen, dich können wir wegmachen, für dich. Oh, beim Töten. Nichts zu gebrauchen. Und es fehlt ein Boppel zum maximal zur nächsten Stufe. Und hier ist das Einflug. Und hier ist das Einflug. Jetzt ist das Einflug. Gute Frage, wo hauen wir dich jetzt hin? Wir nehmen die 10 Schaden. Hoffen, dass das nicht dumm war. Er stirbt. 1, 2, 3, 5. Hmm. Weg, benutzen, ab, 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 der stirbt an sich selbst, ja. Die letzten drei Level, der letzten zwei, mit allen verbündeten zwölf Block hinzu. Wir müssen irgendwas kreieren, wo es egal ist, dass da einer ist, dass da irgendwas ist. Sprich Schild und der Messergürtel nebeneinander. Aber ich wüsste nicht wo. Was so machen, könnten wir den hier hin machen. Funktioniert der Messergürtel noch und haben hier einen frei um. Und jetzt, oh jetzt kommt der Boss. Wir haben keine Heilung gehabt. Die dunkle Dame. Betet, dass wir wenig Gift kriegen. Wo kommst du da hin? Was ist eine Verwünschung? Wir müssen es riskieren. Hup, hopp, hopp, hopp. Das killt die. Aber noch bevor wir... Hat uns doch mal einen schönen Schub gegeben. Wir müssen den hier vorne loswerden. Wir wünschen uns halt immer wieder. Ein Energiehopfern. O'nein deliveranz? Noch nie. Aber noch ne 14. Oh yeah! Po MATT trifft von sweepstlarını. Kommst du das hinten loswerden. Foi dich Como wir machen. Hat ein Film an� pots, wenn du auch Extra place. Bis zum scenery Monteller. So jetzt gehårt. Weg. So. Juhu. Ja, Mann. Hier gibst du einfach mit. Wir haben es geschafft. Jubel. Jubel. Komm her, mein goldenes Horn. So gut. Weg. Hey. Ja. 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 Vielen Dank.